Halli Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu 7 days to die Und ich habe mich mal nach Ende der letzten Folge ganz kurz noch hier in ein sicheres Eckchen zurückgezogen Ihr wisst ja was passiert ist wir sind mit unserem bescheidenen mini bunker Ja nicht allzu weit gekommen sind total überrannt worden in der nacht Und ich habe es nicht mehr geschafft da hin zu kommen um mein zeug zu retten hat uns auch noch ein Genau dieser diese liebe köhte da vorne hat uns dann noch erwischt Und ich muss jetzt irgendwie versuchen mal kurz da wieder an mein zeug ranzukommen Dazu Versuche ich mich hier durchzuschleichen. Oh dieser köhte wieder Muss hier So ich brauche ganz schnell Irgendwatt Irgendwatt zum hauen So ich kann leider nicht alles mitnehmen Wenn wir irgendwas hier kommen lassen wir das hier zur not Hier das ganze tier. Oh scheiße Neun Ach du kacke Ja so hatte ich mir das vorgestellt hier wieder in mein lager zurück zu gehen Okay wir spawnen mal direkt wieder hier auf der bedroll Der hat mich total ins eck gedrängt ich fasse es nicht ich kam da nicht wirklich weg aber unser naja was soll ich sagen unser welniswert ist sowieso total im eimer Ich glaube auch ich glaube der kann nicht nicht tiefer sinken als wir eh schon sind Nein Lass mich in ruhe Ach du scheiße jetzt kommt auch noch dieser dämliche köhte Alter schwede Ach das kann doch nicht wahr sein Das kann doch wirklich nicht wahr sein ich muss dieses dumme vieh irgendwie Noch schnell kaputt bekommen bevor wir hier mal in ruhe weiter laufen können So Bevor wir jetzt irgendwas tun Kloppen wir den Mit den Fäusten nieder Oh nein neben uns steht der dicke Der zombie und ist tot Nein Nein Und der hat uns wieder erwischt Ich fasse es nicht aber naja ok Ein positives hat das ganze ja Wir haben den hund tot Oh Ein Faustschlag hat gereicht um den dicken auch noch zu töten Alter Schwede war das Hallo Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Sag mir nicht Scheiße Sag mir nicht mein alter Rucksack ist weg Oder ist das ein Bug Ist das tatsächlich ein Bug Kann doch nicht wahr sein Dann ist meine Waffe weg und alles ist weg Das ist doch scheiße Alles futsch Okay naja Au wir haben ja noch den Barbed Äh klapp hier dann nehmen wir doch den einfach mal so lang Ja scheint mir so mein Rucksack ist nicht mehr hier Ähm naja ok Oder liegt der Ne Hat sich auch nicht nach draußen gebackt oder so Nein hat er nicht Okay Zumindest haben wir mal Unser Zeugs zurückerobert Zumindest alles was wir retten konnten Hier ein bisschen Fleisch haben wir auch Das ist doch Wir sind naja einigermaßen versorgt würde ich jetzt mal sagen Bandagen haben wir noch Oh wir haben ja noch ein bisschen Fleisch was wir grillen können Aber erstmal versorgen wir uns hier wieder ein bisschen mit Nahrung und Wasser Bevor es weiter geht So Ich würde sagen Wir gehen mal ran Haben wir überhaupt Wir haben nicht allzu viel Platz Das ist natürlich nicht so der Knuller Aber Ja ok Ich würde Ich würde sagen wir Wir brauchen Na wie kriege ich denn nochmal diese Ähm ja Genau Was wollte ich denn jetzt Ich wollte doch hier Die Wood Frames bauen Wo habe ich denn doch nochmal die Wood Frames Ihr habt mich jetzt blind Ich glaube ich bin blind Und ich die Ach vielleicht muss Ach so Ja ich glaube ich musste Ich glaube ich musste da erstmal Wood Planks herstellen Genau Ich musste erstmal Wood Planks herstellen So Dann machen wir das mal Stellen wir mal ein paar Wood Planks her Und Dann stellen wir uns ein paar Wood Frames her 128 Ja ok Da kriegen wir aber nicht arg viel zusammen Wir sammeln mal weiter schnell Holz Denn wir brauchen ganz dringend Holz Um uns was besseres als das hier bauen zu können Das war ja echter Murks würde ich sagen Ich will Zumindest mal ein kleines sicheres Heim haben Wo ich die Nacht auch überlebe Ohne dass wir Total überrannt werden Von irgendwelchen Zombies und Hunden Und dann ist immer noch die Frage Wohin bewegen wir uns auf der Karte Um vielleicht mal Irgendwas Zu finden Wo wir hausen können Vielleicht finden wir Vielleicht finden wir irgendwas Wo wir nicht groß rum bauen müssen Das wird uns ein bisschen vereinfachen Sag ich jetzt mal Aber Bis es soweit ist Ich setze mir mal Setze mir mal hier unten Einen Wegpunkt Ich würde sagen Bewegen wir uns mal in die Richtung Aber bis es soweit ist Sammeln wir erstmal nebenher Noch ein bisschen Holz Und ich darf nicht vergessen Am Ende der Folge Wieder meinen Sleeping Bag Irgendwo hinzusetzen Sonst sind wir nämlich Das nächste Mal Wenn wir sterben Ziemlich im Eimer Dann landen wir wieder Irgendwo Im Nirvana Aber das nächste Mal Wenn ich was anfange zu bauen Äh anfange Anfange Zu bauen So Dann soll das doch Ein bisschen was vernünftigeres werden Als dieser Schrottbunker Da In der letzten Folge So dass ich zumindest mal Vielleicht Ja Ein Zombiehund draußen halten kann Und Klock Klock Brauchen wir uns noch ein Schlückchen Wasser rein Und bewegen uns noch mal ein Stückchen vorwärts Wir wollen ja schließlich ein bisschen vorankommen Oh was haben wir denn da Ein Duffel Bag Oder sowas Duffel Bag Genau Okay naja Immerhin ein leeres Glas Ist ja besser als nix Ne Haben mich die Komapatienten wieder entdeckt Ich geh mal Ich sag mal Ich geh mal nicht auf Konfrontation Konfrontationskurs So Weil ich hab Naja Mein Leben Ihr seht's ja Ich glaub Weiter Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Aber ich glaub weiter Als das was mein Lebensbalken Momentan hergibt Kann man nicht erreichen Aber Wo wir anknüpfen können Lasst mich alle Oh Oh shit Oh ein Bulle Die sind Ähm Die sind ja nicht ganz so freundlich Aber die haben teilweise gutes Loot Oh jetzt kommt Oh jetzt kommt er gerannt Oh jetzt kommt er gerannt Nein Scheiße Das wollte ich natürlich nicht Wenn man sie nicht zweimal trifft Bevor sie stehen bleiben Dann macht's genau das Was sie gerade getan haben Sie explodieren einfach mal Das kennt ihr bestimmt schon Ja schade Da hätten wir vielleicht irgendwas Vernünftiges looten können Von den Dingern Äh von dem von Oh was seh ich da Was seh ich da Ich seh Häuser Meine Freunde Ich seh Häuser Ach du Scheiße Und jetzt Jetzt sterb ich hier auch noch Bevor ich die Häuser erreiche Fuck Shit verdammt Okay ich muss mich hier irgendwo Verbarrikadieren Und zwar ganz dringend Das Problem ist Das sieht mir aus Wie diese große zerfallene Stadt hier Und da gab's ja Wie ihr vielleicht wisst Immer Hunde Und ich hoffe Wir treffen Wisst ihr was So Einfach mal sicherheitshalber Sieht zwar ein bisschen bescheuert aus Ist auch mitten Im Nirgendwo Aber Hauptsache Wir werden nicht irgendwo Wieder Ins Nirgendwo Katapultiert Wenn wir sterben Oh hier ist Ziemlich viel Aktivität Um mich rum Das ist sehr sehr Schlecht Oh shit Oh shit Oh shit Oh da ist auch noch wer Oh fuck Komm ich hier nicht irgendwie hoch Oh man Ich weiß ja auch nicht Ob es so eine gute Idee ist Hier direkt in der Stadt Zuhause Bei diesen 50 Milliarden Zombies Die hier rumlungern Und auch 20 Milliarden Hornissen Die hier sich so tun Oh da ist wieder ein Kopf Shit 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 Das ist nicht so toll Vielleicht schaffen wir es ja diesmal in Fuck Fuck wieder daneben Naja egal Hauptsache er ist beseitigt Hauptsache er ist weg Ähm Ja Hallo Hallo Oh shit Das war natürlich wieder mal Professionell daneben geschossen Okay ich glaube wir suchen uns So ein zerfallenes Ding hier An der Seite mal Dass wir nicht Wirklich mitten im Mitten im Getummel sind Was nehmen wir denn Was nehmen wir denn Ich sollte mir irgendwas Hier Vielleicht können wir ja sowas mal benutzen Ne das sieht scheiße aus Das ist doch kacke Wir brauchen was vernünftiges Und ich habe leider keine Pickaxe Um mich irgendwie in den Boden zu buddeln Das ist doch Wir brauchen eine Pickaxe Das wäre sehr sehr nice Wenn wir da mal eine finden würden Irgendwo Und deswegen Müssen wir uns hier ein Lager Ich würde sagen Wir errichten uns hier irgendwo Einfach in der Nähe ein Lager Dass wir hier Immer in die Stadt gehen Und looten können Denn da gibt es ja bekanntlich Einiges zu holen Mich verfolgt ständig eine Hornliste Wir müssen uns hier irgendwas mal anfangen zu bauen Wir knüpfen mal an das Ding hier an Und setzen das Teil mal Wir versuchen mal das Das halb kaputte Ding hier wieder Flott zu machen Wir müssen nur aufpassen Dass wir nicht hier hinterrücks von irgendwem Erwischt werden Ach shit Wir können ja hier wieder nicht auf diese Dinger setzen Oh Was willst du mein Lieber Leg dich doch wieder ins Koma Da war es doch viel gemütlicher Als hier draußen Auf Wiedersehen Und jetzt lass mich gefälligst in Ruhe Scheiße Ich höre schon wieder welche Latschen Ich höre schon wieder Ein paar Aufgewachte Wir müssen hier drin mal ein bisschen aufräumen Und Ordnung machen Das ist doch scheiße hier Auch dieser blöde Bruder Der nervt So Dann können wir doch hier mal Dann setzen wir uns da mal In den Boden rein Auch wenn das nachher sehr sehr Ungleich Ach verdammt nochmal Ach ein Smallstone Behindert Hallo Ach ich hab keinen Platz mehr Natürlich Ich hab keinen Platz mehr So hier sollten wir irgendwo auch Platz lassen Für eine Tür Okay das sollte reichen Okay das sollte reichen Haben Oh Mann Meine Woodframes Die werden mir schneller ausgehen Als mir lieb ist Vor allem mit diesem dämlichen Boden hier Aber das sieht einfach schicker aus Und Ja Deswegen Machen wir das einfach mal so Wir sollten uns irgendwo auch noch eine Kleine Möglichkeit Freihalten hochzukommen So ich weiß Wir müssen auch dringend diese Dinger Aufmöbeln Achso Oh Bevor ich es vergesse Bevor ich es vergesse Ganz wichtig Ganz wichtig Wir brauchen Ganz dringend wieder ein paar Ein paar Woodplanks Denn Was Wo haben wir es denn Hier genau Machen wir uns mal ein paar Kisten hier Das ist ja Völlig egal wie viele Eins Ach verdammt Dieser blöde Dinger da Hauen wir den mal auch weg hier So Dann hauen wir uns da noch zwei Kistchen hin Dass wir ein bisschen Stauraum haben Ähm ja Kistchen wollte ich So Okay Da hauen wir uns nämlich Gleich mal Das ganze Futter rein Weil das lockt wieder Die blöden Viecher an Lockt eigentlich das Fett auch Die Viecher an Ich weiß es gar nicht Egal Packen wir mal hier rein Brauchen wir ja nicht Den Cooler brauchen wir sowieso Überhaupt nicht Hier auch Auch Mein Futter haue ich da mal rein Wir behalten mal nur das Wichtigste hier Das ist Komm alles weg damit Ach nein die brauchen wir ja zum Bauen Sorry Das Die sollten wir dabei behalten Das ist ein bisschen Schade finde ich Ich meine ich finde es zwar super Dass man mit Shift Jetzt hier alles rüberholen kann Einfach Also zumindest in sein Inventar Das was wir aber noch nicht andersrum machen können Ist ja ein bisschen Ein bisschen schade Okay Pistole behalten wir auch mal noch bei mir Und dann Machen wir uns Hier einen kleinen Einen kleinen Aufstieg Sag ich jetzt mal Genau Und hier basteln wir uns ein kleines Dach drüber Sobald wir Also ich habe ja nicht vor Lange hier zu Hause Ich fühle mich hier wirklich nicht so sicher Und ich habe vor Sobald wir hier irgendwie in der Stadt mal eine Pickaxe gelootet haben Mir ein unterirdisches Lager zu basteln Damit bin ich Bisher immer am besten gefahren Hoffentlich hält uns das Dach auch hier Na 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 Schön wegbleiben Oh es ist schon wieder 15 Uhr Wir haben echt Bald ein Problem Das wollte ich doch nicht Hier kommt Wir brauchen mehr Wood Planks Schnick schnack Wir brauchen mehr Na wo war es denn Hier Wood Frames Wood Frames Wood Frames Ich will jetzt nicht alle verbraten Wir brauchen ja auch noch Um das Holz ein bisschen aufzumöbeln welche So nehmen wir mal 58 Stück erstmal Das sollte doch reichen Hoffe ich doch Das hier noch ein bisschen zu machen Hier auch Das sieht ein bisschen scheiße aus Ich weiß aber Das ist nicht so wild Repair Tool brauchen wir Und dann fangen wir mal an Das Dach schnell dicht zu machen Wir könnten das Wir könnten die Dinger auch zwar Noch eins weiter aufmöbeln Da reichen Ähm ja Da ist ein Bulle unterwegs Ich hoffe der entdeckt uns nicht Ach du Scheiße Nein Da macht er uns gleich wieder das halbe Haus kaputt Dieser Drecksack Und ich habe mir natürlich keinen Weg gelassen Nach unten Super geil Das heißt Oh Gott sei Dank Wir haben uns das Bein nicht gebrochen Wir beseitigen mal schnell Ah Hilfe Dieser Typ Dieser Typ du Das gibt es ja nicht Wieder nicht getroffen Alter Schwede Oh nein Okay Unser Haus lebt noch Und Gott geht mir diese Hornisse auf den Sack Oh Wo kommen die Säcke schon wieder alle her Das geht mir Also ich muss mal kurz noch Bevor wir das Ding hier beenden Die Folge Muss ich hier mal noch kurz ein paar Zombies beseitigen Denn so kann man ja nicht arbeiten hier So ich glaube der hat mich nicht entdeckt Was ist da denn los Schon wieder so ein dicker Ja komm explodier einfach mal vor Ich verschwende keine Munition Nein Wir haben die Hornisse nicht erwischt Noch eine Das gibt es auch nicht So ein Mist aber auch Okay ich treff die Hornissen wohl nicht Ich bin da Zu schusselig dazu Nein verdammt Alter Schwede War das haarscharf Was brauchen wir nochmal um uns hier so ein Nein Nein Wieder so ein Kotz So ein Kotz-Typ Scheiße 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 Ich muss mir denn Also bevor Wir machen jetzt noch eins ganz kurz Wir holen uns unseren Sleeping Bag zurück Den will ich mir zumindest mal da Noch in die Hütte reinsetzen Dass wir auch da wieder aufwachen Okay ich bin so gut wie im Eimer Weißen wir uns mal noch schnell Ein Painkiller rein Um das hier noch ganz kurz zu überleben Wo haben wir denn den hingepackt Ich glaube das war Ja das war da vorne auf der Straße Oh das ist schon hart hier Da sind überall Cops Die Die kotzen mir die ganze Bude kaputt Wenn ich Wenn es dumm läuft So Sleeping Bag Wo bist du Sleeping Bag Scheiße Es ist schon wieder 17 Uhr Das äh Ja Wir könnten bald wieder Probleme bekommen Süffeln wir uns mal noch kurz was rein Wo ist Ach da vorne Oh nein Oh shit Alter bewegt dich doch jetzt nicht Wenn ich wegrenne Du Arsch Alter das kann nicht wahr sein Okay Nummer 1 ist tot Und fuck Nummer 2 kommt auch Nein verpiss dich Verpiss dich Ich hasse diese Hunde hier Ich hasse sie einfach Gebt mir meinen Sleeping Bag Ich will nichts von euch wissen Ihr Gesindel Äh ich hab so das Gefühl Wir kommen hier nicht drum rum Irgendwie ähm ja In Schwierigkeiten zu geraten Ob die Idee so toll ist Hier neben der Stadt zu hausen Das wird sich noch zeigen In der nächsten Folge Aber Jetzt wie gesagt Holen wir uns mal schnell Den Sleeping Äh setzen wir uns noch ganz kurz Den Sleeping Bag da rein Das Ist dringend notwendig Falls wir verrecken wieder Hey hallo Alles klar So das läuft alles Nicht so optimal Bisher wo Scheiße wo Jetzt weiß ich wieder nicht Wo das Haus war Hätte ich mal besser Aufpassen sollen Ähm ja Sehr lustig Oh fuck Was hab ich da hinten gesehen Hab ich da wieder so einen dummen Köter rumrennen sehen Oder was Ach scheiße Jetzt hab ich irgendeinen Müll mitgekommen Egal Wo war die Fuck Bude So der Bulle kann mal wieder Vor sich hin Explodieren Wenn er möchte Shit Shit Ich weiß nicht mehr Wo unser Haus war Alter Schwede Alter nein Nein Ach verdammt Dieses Drecksvieh Ich finde das Haus nicht mehr Bin ich denn jetzt Bin ich denn jetzt Total blöd geworden Nee 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 Kotz wen anders an du Wer saufen kann Kann auch arbeiten Nicht nur rum kotzen Mein Freund Ach ist das widerlich Hier der kotzt In einer Tour Scheiße Wo hat dich das Ding hingesetzt Fuck Ich werd echt bekloppt Ach da drüben Ich seh da was Ich seh da ein hässliches Holzklotzgebäude Das kann nur meins sein Das kann nur meins sein Hallo rein da Wo hab ich denn die Öffnung Hier Hallihallo So schnell da rein Und wir Haben es wieder geschafft Unser Haus zu finden Und haben jetzt Unseren Sleeping Bag drin Das wollte ich noch erreichen In der Folge Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin meine Freunde Tschüss 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 Ich íp